Die Lautsprecher der Politik, die Z-Promis aus dem Reality-TV-Zoo, die Kneipen-Originale und die Unikate aus den Fußgängerzonen, die echten Originale aus dem Netz, die Sportler und natürlich ihre Trainer. Lauter originelle Charaktere. Aber so einfach ist das nicht. Das Rezept für ein echtes Original kann man nirgendwo nachschlagen. Das muss man in sich finden. Untertitelung des ZDF, 2020